Das Ziel entkommt euch. Ich hack es. Scheiße. Ich bin auch da, ich bin auch da, ich hecke. Oh yeah. Man kann fliegen. Ja, aber was denn jetzt? Hochfliegen. Hoppen und fliegen. Ja. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online. Meine Damen und Herren, am heutigen Tag geht es natürlich weiter mit den Highs und heute werden wir wahrscheinlich mit einem Auto fliegen. Hallo Zombie, hallo Maudado, hallo Miniel. Hallo. Hallo. So, alle ganz schnell in den Operationsraum, denn wir müssen. Oh, mal gucken, ob hier einer blinkt. Ja. Operation, Operation. Ja, ich habe nicht geblinkt. Ich bin safe. Bist du schneller als ich? Warte, ich muss hier die Ideallinie fahren. Hier hat schon Erfahrung. Hä? Hä? Nee, ah. Perfekt. Jetzt geht es los, meine Damen und Herren. Warte, ich bin noch nicht drin. Los, starte es. Starte es. Ja, ich starte. Ja, oben ist die Mission. Ja, Vorbereitung. Lauschangriff. Nähert euch mit den Deluxos mehreren Zielfahrzeugen und hackt sie, um an die Datenpakete zu kommen. Ast. Rein. Und jetzt wird wahrscheinlich... Es wird nicht gelabert? Was? Die Mission wird doch gelabert. Ich werde blind. Das ist ja unglaublich. Schwerste Panzerung kaufen. Ui. Munition für alle kaufen. Oh. Der Dilettant. Outfit. Boah, bin ich cool. Boah, bin ich cool. Irgendwie sehen die... Ich nehme das hier, Alter. Getunedes Fahrzeug. Das ist wie ein Opi. Ich bin gerne ein Opi. Ich bin krass. Äh, warte. Ah, das Auto will ich. Genau. Ey, ich habe irgendwas... Was habe ich jetzt ausgewählt? Ich weiß es nicht. Ah, jetzt wird gequatscht. Wir fahren nur nach oben. Die quatschen uns beim Fahren zu. Wir fahren doch jetzt eh wieder 10 Minuten. Oh, aber ich dachte, es kommt eine Zwischensequenz. Ja, mit Maudados Vater. Ja. Papi. Oh, Alter, wie cool wir sind. Hier ist ihm in die Beine. Nein. Hättest du den Bunker nicht an der Straße nehmen können? Ja, sorry. Wie langsam war's? Nein. Bleib doch stehen. Wieso? Springen bringt was. Ja. Okay. Hä, was ist denn jetzt mein Wahl? Der hier? Wir müssen absoluten Deluxos. Ich nehme die Auto. Ich stelle gerade Zombie ein. Oh. Wo müssen wir denn hin? Zombie? Weißt du wieder, wo's hin? Da ist ein Auto. Die Autos sind auf der Map markiert. Ah, okay. Aber ich habe keinen Weg dahin. Ich fahre einfach. Ich fahre nicht. Wir müssen selber überlegen. Was? Wir fahren gerade in die Sackers nicht. Nee, kann ich ja runterspringen, Alter. Reben. Oh, Sir, Vorsicht! Scheiße! Reben, da bleibt die überall hängen. Nee, nee, nicht. Sondern bei einem Bach. Nein. Ich komme auf, Ballett. Ja, mein. Wo bist du? Oh. Ui, wow. Au. Menjil, pass auf. Teamleben, ne? Ja, klar. So weit müssen wir? Ich bin wieder überholig. Junge. Bist überholt? Ich bin voll hier. Bist in die Stadt runter. Ja, du fährst falsch, Menjil. Nee, ich bin richtig. Ey, das zeigt doch hier was ganz anderes. Boah, Junge! Ich habe eine Abkürzung. Was biegt der denn ab? Ich gucke auf der Map und schaue, was Manu macht. Mach das. Du willst sehen, dass ich richtig bin, weil ich fahre gerade genau auf den Wagen zu. Exakt. Oh, Zombie. Der riskiert's. Der riskiert's. Alter. Ich riskiere gerade alles. Mit dem Wagen kann ich das auch. Hallo. Ey, wo ist Rami? Wieso ist dein Wagen stärker als meiner? Oh. Ja, perfekt. Kann mich einer mitnehmen, Leute? Gott sei Dank kann mich gut beschleunigen. Du hast doch kein Auto mehr. Ich habe so richtig lahmes Auto. Ja, warte, ich hole dich. Du bist schon längst da. Befegt mich aber nicht mal. Ey, wo bist du denn? Du fährst immer weg. Hier oben auf dem Berg. Ja, dann komm runter. Ich fang dich. Oh, Abkürzung zu mir. Ich weiß nicht, ob du... Oh Gott! Da bist du, da bist du. Ja, ich fang dich, komm her! Oh nein, Teamleben! Oh Gott! Oh, Menjil. Ich habe das denn nicht machen dürfen. Oh, meine Tür. Oh, hä? Du hast gerade deinen Fall schon bei mir abgelegt. Oh, ich seh's. Oh, mach jemand. Dann ist der Move. Er redet nicht mehr, ist das schön. Oh Gott. Oh. Oder wieder ein Motorrad. Alles gut. Okay. Wir holen die noch ein, Menjil. Glaubst du? Nee. Sicher? Oh, Manu, du musst dran glauben, sonst klappt es eh nicht. Ja. Lebt deinen Traum, Alter. Pokemons. Das war Digimon. Das war Digimon. Keine Ahnung mit der Scheiße. Digimon, Poremon. Dafür hasse ich dich jetzt. Das ist doch alles das Gleiche. Äh. Hä? Manu, kotzt mich an! Ich knaff da, kaff da nicht. Ja, wo ist der Unterschied an? Du musst deine Animes unterscheiden können. Na, ich mag Digimon und Pokemon, aber es macht halt manchmal Spaß. Du findest den Pokemon-Anime so gut wie den Digimon-Anime? Sorry. Wow. Ich mag beide. Hä? Ich hab nur Pokemon geguckt. Ich hab Pokemon richtig gefeiert. Aber Digimon auch. Und dann wurde ich enttäuscht. Nee, Digimon war immer richtig merkwürdig. Nee, da geht's um die Freundschaft. Die halbe Folge bestand aus den Digitationen. Ja, bei Pokemon ist sowas selbe passiert. Jetzt hört doch mal beruhig rein. Ich hab grad mal einen Stressball in der Hand, damit ich euch nicht verpögelte. Was da denn? Mann und... Boah, alter geiler Tony. Man braucht einen Heilstein gegen den Stress. Ja! Na rechts! Och. Was? Oh, die Autos sind ja wirklich so eingefärbt, wie wir sie eingefärbt haben, oder? Ja! Ja, nur meins ist weiß! Ja! Oder hat jemand seins weiß gehört? Ja, der blaue! Ja! Deins ist auch so eingefärbt, wie du's gefärbt hast, bevor du gekickt wurdest. Ja, ich wurde rausgeworfen. Ja, bevor du gekickt wurdest. Perfekt. Okay, wir haben sie. Schick Position. Kann ich jetzt fliegen? Nee, glaub nee. Ich kann ja nix. Oh. Falsche Richtung. Wir müssen zu A, B und C. Au! Okay, ich war Zombie. Ich bin B. Der hat immer Arme. Okay, wir müssen die erst verfolgen, damit wir die Daten von denen klauen können. Und danach dürfen wir die erst kaputt machen. Okay. Ich bin B. Ich bin B, hab ich doch grad schon gesagt. Dann bin ich A, warte. Hey, ich bin A! Was? Sorry, ja dann bin ich C. C ist nämlich ganz nah. Ja, ich geh zu D, Manu. Alles okay. Du kannst B haben. Weißt du, zwei Leute sagen ne Buchstaben und die anderen nehmen genau D in. Ja, die sind coole Buchstaben, die waren in der Nähe. Na ja, A ist am meisten weg. Wie geht denn das? Ah, hier. Kann mir einen Tipp geben? Ah, die App öffnen. Achso. Und dann in der Nähe bleiben. Man hat Raketen mit dem Auto. Ich werd' beschossen! Kein Signal. Die wehren sich. Bleibe in der... Was? Einer muss fahren und einer... Nee, das geht ja gar nicht. Kein Signal. Ah, okay, ich hab's. Bleib in der Reichweite. Die schießen mich echt ab, ihr dumm... Äh, ja fahr einfach, du musst parallel fahren. Ah, okay. Dann kann der hinten nicht schießen. Ja, ja. Und ich hab' 60 Prozent, alles easy. Okay, ich hab's... Ich müsste... Ja. Mit Raketen. Ah, Rakete. Okay, zerstöre das Ziel. Biip, biip, biip. Huiiii. Hehehe, ja. Hab ihn. Hab ihn auch. Bin fertig. Hecker ein Ziel. Ich bin grad angekommen. Wadis? Ja, meinst du am meisten weg? Immer im Underperformen. Ja, Maudado, Alter. So würde das nicht mehr planen. Ich hab halt den Schmerzen genommen, Leute. Nur weil ihr... Weißt du, woher das ist? Oh Gott, ja! Weißt du, warum das so ist? Zu viel Digimon geguckt, Alter. Fassaden überfahren. Ich hab' auch. Zu viel Digimon das, Alter. Oh, ich hab' gehackt. Er ist aber auch schon alt. Ja, das zerstöre das Ziel. Das zerstöre das Ziel. Wann muss ich jetzt? Upload, Paket intakt. In Ordnung. Aber warum sehe ich eure Symbole noch? Leute, habt ihr die nicht zerstört? Auf dem Wasser. Ich muss euch zerstören. Wadis? Nein. Hä? Oh, noch mehr hacken. Beim Wasser. Ich geh zu B. B und A nehm ich. Wieder A. Ich nehm D. Okay, dann nehm ich C. Mann, da muss ich da so... Ja, komm mit, Baller. Drück ihr Arm den Schwer... Oh, ich fliege! Wadis? Ich fliege! Was musst du drücken? Oben links steht's bei mir gerade. E muss man drücken, glaube ich. Nee, bei mir geht's nicht. Wir sind auch nicht nah genug wahrscheinlich. Was soll? Nein, ich bin einfach irgendwo auf der Straße. Ich muss nur eine A drücken. Also Leertaste bei euch. Glaub ich, oder? Nee, Leertaste ist Bremsen. E wäre es bei dem Auto. Ja, E oder X? Doch, X! Ey, wir müssen aussteigen. Nein. Einfach X drücken. Ich hover. Und dann? Ajo, was? Ja, wir müssen überm Wasser Leute verfolgen jetzt. Aber man hovert nur, ne? Davon ist denn... Ja. Davon gibt's denn sowas? Uuuuuh. Back to the future. Und Philippa... Echt? Auch richtig fliegen tut man nicht. Nur so hovern, oder? Ja. Kann man eigentlich ausmachen, was da ist. Wir sollen ja nur sagen... Ah, drücke X. Achso. Ach, mein Paket ist ganz woanders. Ich bin bei D. Ey. Achso, ich dachte schon. Ja, ich bin mit 4. Da soll ich wieder hacken. Ja, ne? Hä? Wie soll ich das überleben? Wie soll ich das überleben? Ich kann sterben. Hä, Jo, die schießt ja einfach in die Fresse. Ja, ja, aber ich will die ja nicht töten. Bevor ich die nicht gehackt hab. Ich geh jetzt erstmal auf den Strand und geh was essen. Ich drück mich einfach mit X. Ich fahr fighten und tether's get easy. X gedrückt halten, duckt man sich doch. Ja, ich war schon fast tot vom ersten Wagen. Ah. Ich muss jetzt mal gucken. Also... Genau, einfach näher gehen. Einfach näher gehen. Ich kann's auch für dich ablenken, Palette. Ich bin gleich wank. Oh, ich sterb nicht. Ja, ich bin am hacken. Na? Jo, oh, der Ball hat. Hör auf. Ich kann da mal gegen fahren. Bleibe immer in der Reichweite. Hoi. Ich hab 70%. 90. Ja. Hör dich. Startenempfang. Baller ihn weg. Hab ihn. Nice. Und los. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Au. Oh, was? Oh, KAT! JA! Du fliegst! Ja. Du bist ein Engel. Die letzte Datenquelle ist... Beim Flughafen. Ja, aber da können wir doch über das Wasser am Menü kommen. Wo denn? Wo ist denn der? Boah, das ist cool wenn man da noch... Dieelbaut ist ja echt leicht. Ja. Ich will hier raus! Ganz vorsichtig, Alter. Nein, 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 pass auf! Oh Gott, dass du das überlebt hast. Guck mal, der Explosion. Oh, ist das cool. Das Auto ist richtig cool. Wenn ja nicht, dass du gleich mich triffst. Ja, ich weiß. Aber wir kommen da, glaube ich, gut hin. Das wäre echt so ein Klassiker. Oh, guck mal. Hier, guck mal. Können wir hier irgendwie hoch? Da rechts, oder? Ja, ja, hier. Oh, ich bin drüber gehabbert. Okay, Habermodus anlassen. Du hast es geschafft. Nein, krass. Bist du hochgeflogen. Ja, wir sind vorhin da, Maudado. Team AB gewinnt. Warte, bis dein Team da ist, okay. Oh, ja, doof, ne? Ja. Doof, Maudado. Guck mal, da war hier eine Chromlackierung, die hübsch aussieht. Oh, ich bleib froh, sonst wäre dein Auto jetzt blau-orange. Mein Menü hat sich verlaufen. Hallo. Du den Feiner, tu mal deine Reifen auf den Boden. Voll abgehoben, der Junge. Oh, das war das schon immer, das war das schon immer. Wir waren einfach noch einen Kilometer entfernt. Ja, ich hab nur einen Fall. Ja, da ist ein Scheißhaufen. Außerdem zwei Kilometer, ah ne, ist hinter mir. Oh, Mist. Wo bist du, Manu? Das ist ein fester Zaun, Manu. Wo ist ein Eingang? Dreck. Einfach dem Zaun folgen und dann rechts, sobald dein Eingang ist. Guck mal, mein Auto freut sich, Schlingeln zu sehen. Jetzt müssen wir Flugzeuge hacken. Oh ja. Hä, suchst du Stress? Oh nein. Hacke das Ziel. Gibt es nur ein Flugzeug? Müssen wir da alle dranbleiben? Das Ziel entkommt euch. Oh nein. Scheiße. Ich bin auch da, ich bin auch da, ich hacke. Fünf Prozent. Okay, nice. Oh yeah. Man kann fliegen. Ja, aber was denn jetzt? Hochfliegen. Hoppern und fliegen. Ja. Mit Shift. Einfach hochziehen. STRG links, STRG links. Ich bin gelandet. Auf dem Ding. Hackes. Also ich hack auf jeden Fall. Hackfortschut geht da noch weiter voll. Also Manu macht noch scheinbar. Oder vielleicht müssen wir diesmal nur im Radius sein. Oder hat jemand die App offen? Ich bin gar nicht schnell genug. Ich hab die App offen. Hände halt aus. Ich, aus Versehen. Hupsi. Hupsi. Oh, ich bin... Boah, Alter. Ja, deshalb versucht das... Yo, ist das voll die Probleme. Ja, deshalb versucht da mal... In die Gegend zu helfen. Aber ist egal, also... Du musst uns fragen. Achso, ja. Scheiße, stimmt. Oh ne, jetzt hat sich. Oh ja. Ich laupt drauf. Ich laupt drauf. Nein, Vorsicht. Oh Gott. Mach ich den Havern aus. Hö, ich wurde angeschaut. Hinter uns. Helis. Achso. Hinter uns Helis. Nein. Oh Gott, ich dreh mich. Ja, ich bin noch drin. Es geht noch weiter. Vorsicht, da sind... Oh ja, es explodiert hier sogar. Ja, ich hab... Ich bin tot. Das ist eine geile Mission. Nein. Ja, die Helis. Die haben einfach geballert. Ja, aber wir haben ja noch... Ja, ich bin direkt wieder hier. Ja, 80% fast. Ich bin auf dem Flugzeug. Alles gut. Ja, dann geh ich die Helis töten. Achtung, das Helis töten. Ich hab... Es sind schon alle tot. Gleich, oder? Jo, sind alle weg. Ne, einer ist noch da. Baller ich weg. Ich bin auf dem Flugzeug. Es dreht sich gerade wieder aus. Sack. Noch einer. 90%. Okay, jetzt haben wir sie. Okay, nice. Ey, der hat aber schon ein Problem, oder? Bist du wieder da, Paluten? Ja. Ja, ich bin direkt... Nein! 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 Nein, das kann nicht wahr sein. Nein, bitte nicht! Ich krieg's nicht mehr. Es ist schneller im Bohnen als ich. Haben wir... Wir haben es nicht geschafft. Ich glaub, das war 96%. Er ist einfach umgefeilt. Ja, wegen der einen Rakete, die ich aus Versehen drauf geschossen hatte. Aus Versehen? Na klar. Ja, ich wollte wie bei einem Helikopter mit den Schultertasten beim Controller drehen, aber damit schießt man die Raketen bei dem Auto. Warte, du hast das Ding abgeschossen? Ja! Mit einer Rakete. Bild nach oben, Bild nach oben, Bild nach oben. Bild nach oben, Bild nach oben. Ja, hab ich gemacht. Ich hab weiter gedrückt. Alter, können wir auch machen. Warte, hat's vielleicht trotzdem geklappt? Weil wir Mehrzahl... Ja, ja. Weil die Mehrzahl steht, glaub ich, ja. Ja, ja, okay. Jetzt auch mit vollem Leben und repariert. Ja. Boah, so alle synchron. Boah. Der kann das, Junge. Der kann das. Der libt da rein. Durch Absicht, nicht geslowt werde hinter dem Flugzeug. Ich geh direkt drauf. Ich geh direkt drauf. Boi, ich bin drauf. Ich bin im Flügel. Im... Teil hinten. Okay, 18%. 20. Oh Gott, oh Gott. Er drückt mich richtig rein. Aber es geht. Oh... Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Ja, ich hing fest, nice. Männer, scheisse. Okay, wir sind jetzt bei 30%. Doch, mein, noch keine Rakete, ja? Ich habe den Finger schon wieder auf der Taste. Wenn dielor schmoppball kommen. Oh! Oh, Gott, ich will. Mach doch nicht so 1 Kurve! Ja, die Kurve ist echt eklig! Hey, 40%. Oh, das hat aber meine casa. Du kannst eine Rakete schon mal reinmachen. Gad also auch ewig gedauert. Ich bin wieder auf dem Flugzeug. Ich komm da gar nicht mehr hin! Ja, ich bin auch echt lahm gerade. Keine Ahnung, was los ist. Ihr müsst in der Kurve fliegen, rechts. Wir sind bei jetzt gleich 60%. Dürfst du die Helikopter mal da? Oh, ich bin gelandet! Ja! Ja! Ich hab den Hover-Modus ausgemacht! Ich bin drauf! Leute, wir müssen die Helikopter! Die Helikopter! Ja, ja, ich hab einen schon. Ich muss hacken. Oh, oh, okay. Ich muss wieder in den Hover-Modus. Jetzt sind alle down. Der führt das auch. Okay, nice. Ich weiß. Oh, oh! Ich bin oben drauf! Ich bin oben drauf! Stürzt der immer ab? Ja, ich glaub schon, ich glaub schon. Ja, aber wir sind jetzt gleich fertig. 96%. Und... Nice one! Ja. Und jetzt zerstöre das Ziel. PING! PING! Nicht mich töten! Nicht mich töten! PING! 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 Ich land drauf! Ja, PING! 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 Hinter uns sind Gegner! Achso, okay! Ich hab einen Gegner! Okay, nice! Ich hab zwei Gegner! Ich hab drei Gegner! Auf nach Hause, Leute! Okay! Du bist schon längst auf dem Weg. Drück in die Zukunft! Bring den Deluxe-Soot zum Abkab- Ist das Fahrzeug schnell? Ich weiß nicht, man erkennt's nicht halt, weil das Wasser einfach so blau ist. Ja, aber es sieht nicht schneller aus. Nee, man ist super langsam. Vielleicht wenn man die Fluglein kloppt. Probier's mal aus. Nein, nein da fällt man nur runter. Ah. Na, das geht echt. Ja aber relativ schnell. Kann man die ein... äh, einfahren und wieder ausfahren? während des Fals? Aber das braucht eine Weile. Oh lord. Also wenn du auf den Boden kommst fahren die automatisch ein und kannst die sich einfach irgendwann wenn du willst hochziehen. Ah, ja okay. Nee das geht ja relativ schnell. Aber die Geschwindigkeit ist vollkommen okay. Nee dafür dass es fliegen kann. Nee, das ist so ein geiles Auto. Man kann damit auch stehen bleiben in der Luft glaub ich, ne? Und wann gibt es das mal in echt, kann man das anders sagen? Ja nach der Mission können wir das kaufen. Nein, ich meine in echt. Ja ja, landet einfach oben drauf. Boah ey, souverän! Boah! Gute Arbeit, Leute! Jaaa! Ich kann meinen Hammer-Modus nicht mehr aktivieren! Jaaa! Vorbereitung bestand. Jetzt so gescheitert. Ach, was ist denn? Ach, was ist denn? Ne, du hast die Helikopter gemacht. Ja, ich habe keinen einzigen Helikopter getötet. Ne, ich habe auch zwei Schiffe gemacht. Ja, der muss die große Party erstmal laden. Ja, weil da einfach so viel Party geladen werden muss, Alter. Party-Overflow. Mann, mach doch schneller, Mann, scheiße. Nilo, schneller! Oh, zweiter Kreis. Jaaa! Ah, da sind wir! Dicke Party! Party! Hey! So, Leute! Was geht ab? Das war's mit der heutigen Folge von der GTA 5 Online. Morgen geht's natürlich um 19 Uhr weiter. Kannst du mich nicht bringen? Nein, du hast noch nicht mitbekommen, dass man niemanden mehr umbringen kann. Leute, schau mal German Let's Play, Maudano und Zombie vorbei. Alle drei sind ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann habt noch einen Daumen auf. Nein. So, er kommt rein. Ciao, ciao!